Zeugenschutzprogramm Keine Angst, Mrs. Simpson, wir haben schon hunderten Ballgefahr geholfen. Sie bekommen einen neuen Namen, einen neuen Job und eine neue Identität. Es gibt viele Orte, wo sich Ihre Familie friedlich und sicher verstecken kann. Am Kap der Angst, am Terrorsee, in Neu-Horror-Feld, Schreischreck-Wiel. Uh, Eisschreck-Wiel? Nein, Schreischreck-Wiel. Ah! Passen Sie auf, Sir. Ab sofort sind Sie Homer Thompson vom Terrorsee. Üben wir gleich mal ein bisschen, hm? Wenn ich sage, hallo, Mr. Thompson, sagen Sie, hi. Hi. Okay. Hallo, Mr. Thompson. Immer daran denken, Ihr Name ist Homer Thompson. Ja, verstehe. Hallo, Mr. Thompson. Also, wenn ich jetzt hallo, Mr. Thompson sage und Ihnen dabei unten auf den Fuß trete, dann lächeln Sie und nicken. Kein Problem. Hallo, Mr. Thompson. Ich nehme an, jetzt redet er mit Ihnen.